Hier haben wir das Madison Hotel. Hier gibt es verschiedene Bars und wir sind fast direkt an der Landungsbrücke. Das ist ein Maryland Restaurant. Super schön gelegen. Nicht weit zu den Landungsbrücken. Schön mit Balkon auch in der Stadtmitte. Die Galerie. Und hier vor ist man dann direkt gleich an den Landungsbrücken.